Morgen bei April 2 Die Hexe muss zur Abtei von Sivar gebracht werden. Ein Mann des Schwertes. Kein Mensch hat mehr Blut in Gottes Namen verbossen als ich. Den Leichte der Hölle. Glaubt ihr, ich bin eine Hexe. Sie sieht die Schwächen, die wir in unserem Herzen tragen. Nicolas Cage. Alle Treue gilt Gott. Der letzte Tempelritter. Morgen 20.15 Uhr. Und danach Northman. A Viking Saga.